Das sagt man doch nicht, oder? Nee, das sagt man nicht. Was? Nee. Auf keinen Fall. Nein, jetzt doch. Das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Zigeuner ist nicht irgendein Wort, sondern Ausdruck von Vorurteilen gegen Sinti und Roma. Deshalb zeig deine Solidarität mit Europas größte Minderheit und unterschreibe unseren Aufruf. Deine Stimme zählt. Die Solidarität ist nicht irgendein Wort. Die Solidarität ist nicht irgendein Wort. Die Solidarität ist nicht irgendein Wort.